Eintracht Norderstedt gegen den SSV Jedelow und damit herzlich willkommen aus dem Edmund-Plamek-Stadion. Mit Jedelow auf Tabellenplatz 5 kommt ein Team aus der oberen Tabellenregion nach Norderstedt. Die haben ihre letzten beiden Spiele jedoch verloren. Heute soll ein Sieg her. Ein Sieg, etwas, das man in Norderstedt im Archiv nachschlagen muss. Der letzte Erfolg, ein 2-0 gegen Wolfsburg über vier Monate her. DL von Trainer Dirk Heine in den roten Trikots macht direkt Druck. Philipp Koch mit guter Übersicht und das ist die Chance dafür. Felix Drinkhut, 1-0, der ist direkt drin. Vierte Minute, erster Schuss, erstes Tor. Was für ein Start in die Partie. Drinkhut hat Glück, sein Schuss unhaltbar abgefälscht. Saisontreffer Nummer 7 für den Rechtsaußeng. Ein ganz wichtiger für die Ante. Und die ist heute richtig gut drauf. Dominant, schnell, spielstark. Die Gäste kommen nicht ins Spiel. Im Gegensatz zu Linus Meier, den muss er einfach machen. Riesen Chance vertan. Doch Norderstedt macht weiter. Die gefallen mir heute richtig gut. Jordan Brown mit dem Vorstoß. Keine Gefahr für Keeper Felix Bogen. 30 Minuten gespielt und die Gäste melden Interesse am Offensivspiel an. Julian Bannert will das einen Tick zu genau machen. Sein Schuss ein erstes Ausrufezeichen. Der Armadermann. Die finden nun mehr und mehr in die Partie. Die Hereingabe maßgeschneidert für Kevin Oltmar. 1-1. Der Ausgleich. Da erwischen sie Norderstedt auf dem falschen Fuß. Toll herausgespielt und Oltmers Flutkopfball gegen den Lauf von Höcker. Fußball zum mit der Zunge schreitzen. Oltmar. Letzte Saison mit 19 Treffern für die SSV. Den müssten sie eigentlich auf dem Zettel haben. Sträflich alleingelassen. Nutzt das eiskalt. Die zweite Halbzeit und weiter die Gästeandrücker. Die übernehmen hier das Spielgeschehen, setzen die Eintracht mit einfachen Mitteln außer Gefecht. Der lange Ball. Die Gelegenheit für Mario Fredehorst. Ist das frech. Da packt er den Lupfer aus. Wird beinahe für seinen nicht belohnt. Aber bei Norderstedt stimmt die Zuordnung nicht. Nächste Szene. Gleiches Bild. Wieder die Eintracht-Defensive mit dem langen Ball überfordert. Ein Querpass genügt. 2-1. Die Führung für die Gäste durch Alessandro Ficcarra. Ein Tor, das nicht fallen darf. Norderstedt lässt den Gegner ohne Leine durchs Edmund-Planbeck-Stadion spazieren. Höcker ohne Chance und die Gäste jubeln. Alessandro Ficcarra, 27 Jahre alter Italiener, beheimatet auf den Flügeln, besorgt die mittlerweile verdiente Führung für Jett. Trainer Dirk Heine reagiert, bringt mit Jan Wienbrug einen weiteren Stürmer und neue taktische Instruktionen. Mit Erfolg. Eintracht-Norderstedt bekommt jetzt mehr Zugriff auf die Partie. Dringhut schlägt daraus aber kein Rufen. Mittlerweile ist hier eher an Skifahren als an Fußballspielen zu denken. Doch das tut der Partie keinen Abbruch. Eintracht-Norderstedt wirft alles nach vorne. Der Ausgleich muss her. Felix Dringhut mit der Vorlage für Linus Meier. Was für ein Hammer. 2-2. Wenn es mit feiner Fußballkunst nicht klappt, dann halt mit der Brech-Axt. Linus Meier nimmt allen Mut zusammen. Der Gewaltschuss unhaltbar für Felix Burr. Meier macht seinen vergebenen Großchance-Wett. Der Ausgleich ist da und vielleicht geht da ja noch was. Nächste Szene Eckball Philipp Koch. Kein direkter Abnehmer, aber da lauert Deran Toxerts. Die Hausherren haben die Kontrolle zurückerlangt. Jeddelo steht nur noch drin der eigenen Hälfte. Nochmal die Chance. Jan Lüneburg, der geht nicht rein. Die altbekannte Problematik mit der Chancenverwertung. Und daher bleibt es beim 2-2. Jeddelo entführt einen Punkt aus dem Winterski-Gebiet Norderstedt. Die Eintracht nun seit 10 Spielen in Folge. Ohne Sieg verbaut sich den Erfolg durch Aussetzer in der Defensive.